Power Up! Laden Sie Ihren Plug-in-Hybrid oder vollelektrischen BMW immer und überall mit BMW Charging. Finden Sie Ihren nächsten Ladestopp mit der MyBMW App. In der Kartenansicht klicken Sie auf Ladestationen, um Verfügbarkeit, Steckertyp und die Ladegeschwindigkeit von Ladestationen zu sehen. Die MyBMW App filtert nach passenden Ladestationen für Ihr Fahrzeug. Sie können spezielle Filter hinzufügen. Wählen Sie eine Ladestation aus und schicken Sie diese an Ihren BMW, um Sie als nächstes Ziel im Navigationssystem einzustellen. Oder Sie nutzen BMW Maps direkt in Ihrem Fahrzeug. Wählen Sie Zieleingabe und Ladestationen. Sie können einen Charging-Vertrag nutzen oder direkt an der Ladestation bezahlen. BMW Charging bietet Ihnen Zugriff auf ein europaweites Netzwerk mit attraktiven Konditionen. Noch mehr Infos zu allen Netzwerkvorteilen und der Registrierung finden Sie in einem weiteren How-To-Video. Weiter geht's. Verbinden Sie Ihr Fahrzeug mit der Ladestation. Für öffentliches AC-Laden brauchen Sie Ihr mitgeliefertes BMW Mode 3 Kabel. Die Authentifizierung geht schnell und einfach. Zum Beispiel digital mit Ihrer MyBMW-App. Scannen Sie den QR-Code an unterstützten Ladestationen oder wählen Sie diese in der App aus. Alternativ können Sie Ihre BMW-Chargingkarte an den meisten Ladestationen verwenden. Das war's. Der Ladevorgang startet automatisch. In Ihrer MyBMW-App haben Sie jederzeit alles im Blick. Checken Sie den Ladestatus. Bestimmen Sie ein Ladeziel. Oder stoppen Sie den Ladevorgang aus der Ferne. Sobald das Ladeziel erreicht ist oder Ihr Fahrzeug vollständig geladen ist, wird der Ladevorgang automatisch beendet. Abhängig von der Ladestation und dem Ladestatus wird der Stecker automatisch entriegelt. Oder Sie entriegeln das Fahrzeug selbst, um den Stecker freizugeben. Sehen Sie sich weitere How-To-Videos an, um das Beste aus Ihrem BMW herauszuholen. Diese Himmel 2019 Nö千frau erfreu. Das Beste ausoiret. Jetzt ein Ladevorgang startet. Sobald das für den Ladevorgang startet. Das ist also ein Ladevorgang startet. Das ist das Ladevorgang startet. Das ist alles ein Ladevorgang startet. Und das ist das Ladevorgang startet. Vielen Dank.